Leute ich muss gerade noch mal ein bisschen Werbung machen weil ich es ja auch teilweise so traurig finde ich bin ja gerade auf der offiziellen Seite von RadioNintendo.com Ich kenne die Seite jetzt schon seit glaube ich 2011 oder so, ich habe früher öfter mal ja Musik von RadioNintendo als Hintergrundmusik genommen das heißt ich habe diese Studiorekorder angeschmissen, habe dann ja die Musik aufgenommen und habe die dann immer als Hintergrundmusik genommen oder man kann sich auch einfacher machen, man kann halt einfach, man kann sie nebenbei laufen lassen, habe ich ja gerade hier, so wie ich es jetzt auch gerade mache man macht dann hier beim Mixer macht man dann so ein bisschen die Lautstärke ein bisschen leiser und dann zockt man oder nimmt man halt nebenbei auf wenn man Hintergrundmusik braucht, hier läuft sie, manchmal kam zumindest früher, haben die Leute ja auf Englisch was gesprochen gehabt, das ist nicht so toll dann aber das ist eigentlich nicht oft so, ich weiß nicht ob das heutzutage immer noch so ist, ich denke mal schon aber ja die spielen halt hier allmöglichen Nintendo Musik von Nintendo Games sage ich jetzt mal in einem Radio ab man kann einfach auf die Internetseite gehen, man kann dann das Radio im Internet starten und wenn man denn mal Musik hören möchte oder generell mal Nintendo Musik hören möchte, dann kann man dann ruhig mal hier das Radio Nintendo anschalten ich denke mal die wenigsten von euch wissen überhaupt, dass es sowas gibt deswegen wollte ich euch das nochmal vorstellen oder ja auch zeigen denn so wenig Leute wie da immer reinhören, das ist schon sehr traurig also da gucken ja, da hören ja mehr Leute, sage ich jetzt mal, oh jetzt wird sentimental hier diese sentimentale Musik hier, die schöne Musik also es gibt, alles ist vertreten, es gibt actionreiche Musik, es gibt gruselige Musik, schaurige Musik aber es gibt auch ziemlich viele schöne Stücke wie dieses zum Beispiel du wirst einfach nur entspannt und einfach nur schön ist und ja, hier höre ich öfter mal rein, manchmal benutze ich auch Musik als Hintergrund Musik weil es halt auch mal abwechslungsreich ist und ja, es ist halt einfach schöne Musik für jeden auf jeden Fall was dabei und das möchte ich euch wirklich gerne mal ans Herz legen, weil ihr oben seht das ja gerade da, äh, da gucken, sie schalten sechs Leute rein, ich weiß nicht wie spät es auch in Amerika gerade ist müsste auf jeden Fall auch schon ein bisschen später sein, vielleicht sind sie am Tag ein paar mehrere Leute aber gerade auf so einer Seite, da können ruhig mal ein paar hundert oder ein paar tausend Leute reinhören oder ich meine, die geben sich so viel Mühe die, äh, Internetseite gibt schon so viele Jahre und es ist nicht einfach ein Radio 24-7 am Laufen zu haben und gerade deswegen, weil, ähm, weil ich die Seite ganz cool finde mit der Radio, ne, mit der Nintendo Musik wollte ich euch nochmal drauf aufmerksam machen die Musik ist gerade ein bisschen laut, Entschuldigung und, ähm, ja, wollte ich euch die Seite mal so ein bisschen vorstellen hier wird auch mal was gepostet hier auch einen Beitrag über Satoru Iwata ich klicke einfach mal weiter auf Shows, ja, ist gar nichts, Error hier ist ein Blog, genau, About, ansonsten kann man noch chatten aber hauptsächlich sollte man, oder kann man dann hier, ähm, ja, Radio Musik hören von Nintendo aus ich guck grad mal, was man hier nochmal machen kann diese gibt's Options wenn man hier drauf drückt, dann öffnet sich ein neues Fenster wo auch Leute drum chatten kann man ja hier sehen, ist ganz cool dann kann man auch hier beispielsweise, ähm, den Chrome ausmachen oder so dann hat man hier halt dieses Nintendo Fenster kann dann hier weiterhören und dann muss man nicht so viel Leistung beanspruchen, Internet oder so kann man hier einfach ausmachen hat hier das kleine Fenster, wo man hören kann und, äh, ja, ist ganz cool, oder? also, ich mag die Seite total gerne deswegen wollte ich es euch auch nochmal sag ich jetzt mal, empfehlen weil es immer eine tolle Seite ist es ist einfach toll und, ähm, ja, wenn ihr mal Musik braucht wenn ihr mal Musik wollt für den Hintergrund als Hintergrund für eure Videos dann könnt ihr hier mal vorbeischauen äh, ja, Nintendo Musik ist ja eigentlich größtenteils ähm kann man das monetarisieren also, äh, da ist sag ich mal da wird kein Urheberrecht drauf gesetzt weil es ja auch in den Nintendo Spielen meistens vorkommt und Nintendo ist ja Gott sei Dank nicht mehr so streng und, äh, ja, von dem her kann man das ruhig mal machen ich wollte euch nochmal die Seite gezeigt haben oder auch wenn ihr damit keine Videos vollpacken wollt mit der Musik könnt ihr ruhig mal reinschauen oder reinhören, wenn ihr wollt nebenbei so ist es doch, denke ich mal, ganz chillig ich finde es halt nur extrem traurig, dass, äh, momentan nur sechs Leute also fünf mit Mia hier reinschauen und, ach, das Lied ist so schön gerade und das ist halt einfach extrem traurig, äh, ich meine, in meinen Videos da, ich weiß nicht die haben auch nicht mehr, äh, Aufrufe aber, dass hier nur so wenig Leute reinschauen das ist halt einfach, das macht dann echt traurig und deswegen wollte ich hier nochmal ein bisschen promoten ein bisschen vorstellen ich hatte früher auch mal schon mein Video drüber gemacht hatte ich ja schon erwähnt ich weiß es nicht, aber ja ähm wollte ich auch nochmal gesagt haben auch hier, Battle Music und Pokémon, jo, geil dann, 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 dann äh, ja und das soll es auch erstmal gewesen sein mit dem Video schaut euch mal bei Radio Nintendo vorbei ist auf jeden Fall eine geile Seite mit geiler Mucke und ja äh, ich hoffe, dass das Video hat euch gefallen und da würde ich mal sagen bis zum nächsten Mal macht's gut, tschüss